ähm und dann werde ich auf jeden Fall die Puppen ausliefern ein Brief ist angekommen oh anscheinend wurde eine weitere ich muss in die Liste eintragen so jetzt werde ich die Kopien besiegen und dann ist Feierabend nein wir werden jetzt keine weiteren Kopien besiegen wir werden jetzt uns Wundsalben holen uns zu den Frosch hinstellen und in der nächsten Aufnahmesession dann herausfinden wie wir jetzt trainieren am besten mit dem Rülpser bei Rülpsen ist immer gut ich möchte auch mal heute Feierabend machen wir haben schon wieder 23.10 ich will noch eigentlich was fertig machen ich habe hier gerade eineinhalb Stunden über Pinata normalerweise müsste ich viel länger aber ich muss noch reinfuchsen ich muss mich noch selber ein bisschen reinfuchsen in den langen Aufnahmesession und ich mache lieber so eineinhalb Stunden mache ich lieber als so vier, fünf Stunden irgendwie am Stück ein Spiel dann verliert man auch irgendwie selber so ein bisschen die Lust dabei und dann mache ich immer so eineinhalb Stunden die gehen dann schnell vorbei die ganzen Folgen hoppala die gehen dann schnell vorbei wenn man die ganzen Folgen draußen hat bis dato hat man wieder richtig Bock auf das Spiel und dann geht es weiter also finde ich es so angenehmer für mich jetzt deswegen ich habe mir auch einen Let's Player angeguckt ey ich will jetzt den Typen nicht nennen ich will ja keinen schlecht machen ich habe mir auch seinen Let's Player eigentlich nur angeguckt weil ich das Spiel unbedingt mal sehen wollte ähm und ich bin ja gut es ist ja eigentlich dass du viel labern sollst aber der hat ununterbrochen ohne Pause und jeden zweiten Satz kam deswegen 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 irgendwann hast du die Schnauze voll gehabt ey oh ja ja jetzt will ich mal gerade schauen wo komme ich da denn können wir mal kapitulieren in den Bandai-Wahn-Haus äh Dome okay ja und wie wird er die ganze Zeit deswegen 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 boah man wirst so kille werden die ganze Zeit nur deswegen deswegen als ob er keine anderen Wörter könnte oder nicht wüsste was er in dem Moment sagen soll äh ich glaube ich bin im Laden vorbeigerannt kann es sein hoppala nein bin ich nicht halt bei den klatschen Menschen muss ich rein so irashimase oder so rufen gib mal reichlich da packen wir mal 15 ein da packen wir mal 15 ein hier von dünnen wir auch mal ach komm 10 Stück reichen verkofen verkofen stein damit geheimnis von kräften schießpulverpilze sprengpilze dann kann daraus natürlich alles selber zusammenstellen aber ganz ehrlich habe ich jetzt nicht so wirklich lust drauf holnuss einfache tinte qualitätstinte wohnertinte hochwertiges krötenöl roostbeef rücken kräftige füttert kräftige 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 m kriegen wir mal hin dafür. Zwar nicht so ganz an die 600.000 wieder rangekommen, aber immerhin. Jo. Gut. Geben wir uns mal hier raus. So. Halt, was war das? Kleiner Junge. Wir müssen immer auch das Mädchen suchen, ne? Mein Vater sagt mir, das müssen auch schlau sein, um zu überleben. Das bedeutet dann wohl, dass du echt super klug bist, oder, Naruto? Klasse. What the fuck. Apropos, ähm. Äh. 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 Ja. Wir müssen immer noch dieses Kind finden, dieses kleine Mädchen. Vielleicht ist es ja in einer Seitengasse hier drin. Schauen wir mal nach. Was haben wir hier feines? Tontons Berle. Na, schau mal einen an. Lohnt sich also doch mal hier so ein bisschen. Mama, wo bist du? Hey, du bist das Vermissende Kind, stimmt's? Hä, wer bist du? Ich heiße Naruto. Deine Mutter macht sich schreckliche Sorgen um dich und deshalb soll ich nach dir suchen. Echt? Ich will zu Mama sofort. Ich weiß, alles klar. Dann gehen wir mal jetzt mal zu dir zurück. Das war ja easy. Ach, Kind. Darfst du nicht einfach so weglaufen? Es tut mir leid. Sachte, sachte. Äh. Sachte, sachte. Du hast sie ja gesund und munter zurückbekommen. Kinder. Aber egal. Ich danke dir vielmals, dass du sie gefunden hast. Also, sag Danke zu dem netten Jungen. Danke, Naruto. Schon gut, aber lauf nicht wieder weg, verstanden? Ja. Wieder ein gelöster Fall. Auftrag erfüllt. Er wird auch so verzweifelt nach ihrem vermissten Kind. Hilf bei der Suche und bring das Kind zu seiner Mutter zurück. 2-Mobahn-1000-Rio. Okay. Ist auch erledigt. Können wir auch von der Liste abhaken. So, wir haben uns eingedeckt. Dann würde ich sagen. Ähm. Gehen wir nochmal kurz speichern. Dann ist Schluss mit lustig. Speichern. Jo, haben wir auch schon wieder eine Stunde rumgekriegt. Das war ganz gut. Immer schreiben. Einverstanden. Sigidigi. So, ich muss eigentlich noch das Video rendern, aber hab ich jetzt nicht so wirklich Bock zu. So, ich bin ab und nicht fürs Zusehen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Das müsste jetzt eigentlich soweit sein. Wir haben jetzt den 19. Und müsste eigentlich jetzt Weihnachten sein. Aber an Weihnachten wird eine Special-Folge kommen. Also alles schön und auch nachträglich. Hoffentlich sieht man sich auch nochmal online. Tschüss.